Herzlich Willkommen zurück. Im heutigen Part geht es ziemlich ab. Zuallererst werden wir unsere ersten Erfahrungen mit einem Siluetten-Level haben. Daraufhin werden wir eine riskante Loren-Fahrt haben, dicht gefolgt von einer schweren Tempel-Erkundung mit ganz, ganz vielen Stacheln. Und zu guter Letzt noch auf die Half-Pipe drauf, wo uns eine Boss-Robbe ja zeigen möchte, was er alles drauf hat. Ich würde sagen, gebt ein Like für den schönen Frühzeit-Support und lasst ein Abo und Daumen, um keine weiteren Parten zu verpassen. Und nun viel Spaß im Video. Na, ihr ganzen Abstammungen, seid ihr wieder bereit, eure Uhr an zuzusehen, wie sie wieder Level durchkämmern? Nein? Na, dann könnt ihr auch immer noch gerne diesen Affen hier zu sehen, der das Ganze auch noch ganz levelig kommentiert. Und ich würde sagen, damit beginnen wir auf jeden Fall den nächsten Part. Let's play Donkey Kong Country Tropical Freeze. Im letzten Part haben wir es geschafft. 1A, meines Erachtens nach, das erste Secret-Level und hier 1-3 Wrack-Wanderung abzuschließen. Zudem haben wir den guten Craig gekommen, einen kleinen Besuch abgestattet. Und nun würde ich meinen, beginnen wir das Ganze wieder wie im letzten Part. Und zwar mit dem Bonus-Level, denn es gibt in dieser Welt zwei Boni-Level oder zwei Secret-Exit-Level, die du nur mit einem Secret-Exit bekommen kannst. Und deswegen geht es jetzt auch direkt los mit Dicht im Dunst. 1B, wie gerade angesprochen, im letzten Part haben wir das andere Secret-Level ebenfalls begonnen. Das passt also auch schon mal hier, was die Synchronisation der beiden Parts angeht. Und ich habe mir das schon gedacht, als damit das im Dickicht stand und sowas. So wie ich mich recht entsinne, lag ich der andere mal richtig, dass dieses Level wieder einmal die Schatten gestalten hier. Die schönen Siluetten benutzt, die ja generell sehr, sehr bekannt sind in allen Donkey Kong-Spielen. Und hier gibt es schon mal sofort das erste von neun Puzzleteilen. Okay, schön. Das ist, glaube ich, das erste Level, wo am Anfang endlich mal was versteckt war, oder? Wobei, ich bin mir noch gar nicht sicher. Ich finde es cool, wenn man das Crank-Send-Bart auf jeden Fall so weiß leuchten sehen kann. Ich habe noch keine Ahnung, was er da, was er da, sage ich mal, in seinen Bart reinpumpt, dass es funktioniert. So einwandfrei. Aber wir nutzen das. Hier dürfen wir uns jetzt sogar aussuchen, welchen Kong-Hilfen wir benutzen. Ich würde... Ach, guck mal, man kann mit dem... Ach, mit dem Hämmern kann man das sogar langsamer machen. Oha. Ja, hallo, das ist ja geil. Und jetzt habe ich doch... Hey, ist denn da gerade irgendwie X-Star oder so? Hat der mir mit dem X-Star nur sagen wollen, ja, damit kannst du Hämmern oder was? Ich dachte gerade, er sagt, man kann mit X noch dieses Fass öffnen, aber na gut. Das war ein bisschen irreführend, Jobs. Wir wissen ja, dass er in dem ersten Part, dass er so heißt, dieses Schweinchen. Dieses Tutorial-Schwein. Und ja, diese, nochmal, um die Silhouette wieder anzusprechen, die sind eine ganz besondere Sache in Donkey Kong-Spielen. Und immer richtig beliebt. Ich liebe sie selber auch enormst. Die man auch direkt schon unschwer erkennen kann. So alles schwarz-weiß-gehalt. Schwarz-weiß-Alles... Ja doch, schwarz-weiß kann man in Klammern sagen. Aber alles eigentlich nur in schwarzen Schatten dargestellt, was alles ein bisschen schwieriger macht. Und man ein bisschen fruchtige Hintergründe da in das ganze Level-Design mit reinbringt. Auch wenn es doch eigentlich so simpel ist. Aber es ist etwas Besonderes und das ist das Coole. Es freut mich, dass wir diese Fliege jetzt ohne Grund bekommen haben. Mich verwirren noch diese Büsche hier, um mit denen man irgendwas machen kann. Aber ich habe keine Ahnung. Weil wie gesagt, alles erinnere ich mich nicht mehr. Kann man da rein? Sieht mir momentan so aus. Ja, hier ist ein Herz. Und hier sind auch ein Puzzleteil? Ja. Das sah aber auch klar, dass da irgendwas ist. Das war ja vollkommen offen. Also Leute, immer das Auge offen halten. Es gibt keine Sachen, die einen in die Öre führen können. Einfach, wenn ihr denkt, da kannst du rein. Du siehst ja eindeutig auch den Eingang, den möglichen. Dann nutzt den ruhig. Ich finde es gut, wie die Blätter da oben auch rauskommen. Ja, also wie gesagt, so ein schönes Silhouette-Level kombiniert mit diesen ganzen Designs, mit diesen ganzen Details, die sie in diese Verarbeitung, die Effekte eingebaut haben, macht diese Erfahrung immer wieder wunderschön. Und ja, wie gesagt, die gibt es schon seit Returns, meines Erachtens nach. Ich habe jetzt, wie gesagt, nur Returns gespielt und da gab es das auf jeden Fall auch. Und wie gesagt, diese Level sind immer wunderschön. Da sind auf jeden Fall die Leane, mit der wir nur mit Dixi hinkommen, WTF. Aber was bringt diese Leane? Ach nee, nein, nein. Man kann auch über diese oberste Station dorthin kommen. Aber es macht nur einen Sinn. Es kann nur eine Sache geben, und zwar hier irgendwo. Hä? War da jetzt irgendwas anderes noch? Alter, da oben sind wirklich irgendwelche Bananen. Schau mal. Kann man da irgendwie hin? Ja. Man kann hier wirklich hoch. Oh, what the hell, Alter. Was, ein Sieg unter das so für ein paar Bananen? Ah nee, da ist noch ein Puzzleteil. Ey, voll krank. Ist da noch was? Hey, das war ultra schwierig. Und auch hier hört man wieder ein schönes Jazz-Jingle hinterherziehen, was einfach ultra gut ist. Und das machen die meisten immer in solchen entspannten Leveln. Diese Level dienen einfach der Beruhigung. Ist natürlich auch auf ihre eigene Art besonders und auch recht schwer. Aber immer schön mit Jazzmusik hinterlegt. Ich mag ja Jazz. Ich glaube, ich habe sogar Jazz wegen Donkey Kong kennengelernt und vor allem auch liebgewonnen. Also Jazz ist wirklich... Ich finde, Jazz, wenn ich das jetzt hier höre, ist wirklich eine richtig geile Sache. Mir gefällt's. Die Ballon ist hier. Alles Wichtige ist in Farbe gehalten. Und dieser Kontrast zu dem Schwarz, wunderbar. Ich kann das ganze Level überall, diese Art, sage ich mal, das Spiel noch darzustellen, einfach nur loben. Und das ist das wunderbare, ein weiterer Punkt, warum ich Donkey Kong eigentlich so mag und so liebgewonnen habe über die Zeit. Gut ist, dass wir die Dixie haben in den Kombi hier, weil ich glaube, das ist alles nach einem Zeitraum verläuft, ganz genau. Aber die Banane sollte man uns trotzdem noch holen. Und jetzt sehe ich auch gerade, warum diese Büsche hier überall liegen. Und zwar können manche von ihnen, das habe ich gerade gar nicht mitbekommen, wegen dem einen Busch, können anscheinend hier, so sind im Endeffekt irgendwelche Tiere oder irgendwelche lebendigen Wesen. Boah, das Schwierige bei solchen Levels ist natürlich auch die Siegküste zu finden. Weil die Puzzleteile, wie man sehen kann, sind in nur schwarz gehalten, sprich, noch schwieriger zu erkennen, als die ja so schon mit ihren eher unabfallend grauen Design sind. So, hier gibt es uns, ich schau mal den Hinweis, dass man das eintraschen kann, wer es vergessen hat, auf jeden Fall. Und was zum Teufel? Was haben wir denn gerade damit runtergejagt? Oh lol. Okay. Hier ist auch ein Fass, aber das ist ein normales Fass. Das werfen wir mal auf den Typen hier drauf. Und das Fass ist gerade gezeigt, dass man hier reingehen kann, oder? Hä? Aber ich habe gerade nicht die Animation gesehen, dass es fast kaputt gegangen ist, als es hier rein... Es sah so aus, als wäre es da reingeflogen. Okay, komisch. So, ist das eine Liane hier? Ja, ist das eine Liane? Okay, sehr cool. Und da kommt eine Erinnerung wieder hoch, und zwar... Das müssen wir mal ganz kurz gucken. Ja, ist sehr schwierig, kann man selber sehen, wenn man es ganz eilig hat. Aber daran erinnere ich mich noch. Und zwar hier, das Ganze kann einen Stern formen, und ja. Für diesen Stern, da spawnt auf jeden Fall ein kleines Rätsel, oder ein kleines Secret, kann man schon fast sagen. Und da spawnt daraufhin ein Puzzleteil. Die Blätter gehen zur Seite, und man kann ein bisschen was im Hintergrund sehen. Ein Stückchen einer Insel, oder einer fliegenden... Ja doch, ist das irgendein... Was ist das überhaupt sein? Ist das wirklich steinend sein, oder ist das irgendwie so wie dein Flugzeug, was sich in den Wald verwachsen hat? Wird auf jeden Fall mehr Sinn ergeben, als so eine fliegende Insel hier, unregelmäßig zu haben. Aber keine Ahnung. Lasst ihr ihr schönes Design rausnutzen, das macht das Spiel ja auch immer noch besonders. Und was ich einfach cool finde, ist, man sieht halt im Hintergrund auch, oh Gott, ich war gerade ziemlich knapp, wie weiterhin diese ganzen, ähm, wie viel gegner hier, das Land, ähm, ja, erobern mit diesen Schiffen, wie man es im ersten Level gesehen hat. Und ebenfalls im Schwarz-Weiß gehalten. Dass wir jetzt unsere Spiegelung gleich im Wasser sehen können, ist auch wirklich sehr, sehr schön. Also, wir sind jetzt fast ganz unten angekommen, das Wasser ist das Einzige, was hier durchsichtig ist, und wo man auch erkennen kann, alles spiegelt sich im Schatten gehalten, und es sind, und ein paar Pfützen bilden sich, es könnte sein, es würde es regnen draußen, so wie es aussieht. Ach, wunderschön. Ich glaube, das ist auch nochmal ein schöner Boost, äh, kann man da hoch mit Cranky? Ne, kann man nicht. Dann machen wir das nochmal neu. Ich hoffe, wenn man, kann man es resetten? Ich glaube schon. So, aber jetzt kommen wir da bestimmt hin. Ja, genau. Dann kommen wir mal einen kleinen Boost ins Geber. Was bringt das jetzt? Aber das ist nur für diese beiden Gegenstände, für diese kleinen Bananen dort? Okay. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Also Cranky, tritt ruhig deine Arme, müden Beinchen rein, wir wollen jetzt hier nochmal ein bisschen rollen. So, ähm, da hinten war jetzt nichts, geh auf den Weg. Oh Gott, aber die respawnen. Okay. Das war natürlich jetzt eine Überraschung, und die hier auch. Das geht schneller als gedacht, und die eine Fliege können wir damit töten, die hier leider noch nicht, kommt er nochmal zurück. Ja, kommt er. Okay, dann müssen wir jetzt im richtigen Moment nämlich, äh, mit Rollen Anlauf nehmen, und da, uns das Pusterteil holen, oder den K-Bustaben. Man hat aber nochmal die Gelegenheit, ähm, zurückzugehen, sprich, wenn man es nicht geschafft hat, hat man immer noch die Chance, es noch zu holen. Und ja, hier ist auf jeden Fall ein Flugzeugwrack wieder verwachsen. Ich glaube, ich denke dir an, ich denke mal richtig, dass hier in dem Wald viele Flugzeuge schon abgestürzt sind, was wir jetzt hier echt schon stark gemerkt haben. Hier wurde auch ein Propeller umgebaut. Vielleicht haben die Viergänger ja auch schon ganz, ganz lange versucht. Okay, das könnte mir ein Pusterteil geben. Und das gibt wirklich ein Pusterteil. OMG. Auch das hat jetzt wieder diesen kleinen Hinweis gegeben, wegen diesem auffallenden Sound, wie diesem Düdi-Didi-Sound, was ich im letzten Part schon angesprochen hatte. Also wenn ihr diesen Sound hört, sammeln auf jeden Fall die Banane ein, die ihr dadurch bekommt. Es lohnt sich. So, und das hier könnte auch ein Pusterteil sein. Mal gucken. Ich hoffe, der Baum ver... Es gibt kein... Oh, es gibt keinen Zeitlamm. Es gibt keinen Zeitlamm. Ah! Okay. OMG. Wer hätte hier chronologisch vorgehen sollen? Aber wir haben es geschafft. Alter, aber wir haben schon fast alle Pusterteile. Wenn wir jetzt nicht gleich das Ziel bekommen haben, was ist dann schaffen wir es diesmal sogar. und das ohne wie wirklich darauf acht geben zu haben dann passt alle bananen bekommen weil sie das ziel da hinten und nein bitte bitte noch wird wieder noch ein oder ist die gebustab ist hier auf jeden fall noch wohl okay holen wir uns die zuerst aber das sieht nicht gut aus leute das ist gut aus alter was jetzt fallen sie runter oder was jetzt fallen sie runter ihr dreisten schweine ich habe die wir spawnen nicht weil ich kommt ja das ist schon echt böse die wir spawnen nicht okay das ist immerhin etwas macht immer etwas cooler aber ist jetzt hier ernsthaft feierabend gibt es hier nichts mehr man käme sich einfach mal hinbekommen wenn wir alle positionen zu finden oder so ohne dass wir mal einen zweiten anlauf brauchen ja gut machen wir selber zu ende und werde ich dann direkt rein schneiden wo es das war wo es das gibt das macht man sich am ende des part so die kicker mehr schade um ein feld zu spät gewesen aber das war auch schwieriger wir hatten nicht komplette kontrolle das sage ich mal zu treffen wir mussten da schon etwas fliegen dann war das wohl doch woanders versteckt aber immerhin haben wir alle recht gut gefunden die war nicht so fies versteckter stern kann halt wie gesagt von den einen oder anderen etwas fieser wirken aber ja irgendeins hat sich trotzdem unseren affengriffen entgehen können ich würde sagen den holen wir uns jetzt das passpositiv holen wir uns jetzt noch gute ebenen okay ich habe zumindest diese diese dieses die sind wirklich oha das hat das war nicht mehr einfach aber ja stimmt wir haben ja hier dieses teil weg gehämmert wir sind wahrscheinlich im gespräch versunken oder so und hier kam jetzt da haben wir halt diesen kleinen griff nicht gesehen das war auch echt fies vor allem weil es halt eben so im schwarz gehalten ist da konnte habe ich gerade diesen kleinen griff nicht gesehen aber finden für das ziehen des griffes und anscheinend diese fliegende banane und mit ihr bekommt man dann wenn man dann alles eingesammelt hat das letzte was uns zumindest gefehlt hat gut dann würde ich meine ich habe jetzt noch ganz ganz fix und dann sehen wir uns beim nächsten wieder oder vor dem nächsten wäre gesagt damit wäre dieses positiv auch in unserem besitz so nun können wir uns ein 14 wipfel wir waren hängen auch da oben drüben zu sehen ich weiß gar nicht mehr ob das ich glaube das hängt nicht mit einem siegel mit einem siegelächter zusammen mit einer anderen sache liebe noch mehr früh genug mit erfahren werden wir da dran kommen werden vielleicht sogar diesen part leute wenn wir jetzt recht schnell dieses level abschließen können mal gucken wipfel wir waren was du zu bieten hast das ist auf jeden fall offen vom ersten eintritt wieder sehr mechanisch aus ich bin mal gespannt was das bieten hat so dass irgendwie kontinuier den weg komplett absperren aber ja alles sehr mechanisch gehalten würde sagen ja doch bleiben und da unten kann direkt schon mal in einen bonusbereich eintauchen in diese platten das kann man recht gut erkennen und das ist noch ein recht schwieriger bonusraum oder nicht also man muss es so machen dann so genau also einfach so schießen ganz genau okay das wird ja genau man kann einfach runterfallen aber hier muss ich mich konzentrieren ein bisschen weil die auch recht schnell switchen die dinger das hier geforstig ganz ruhig und jetzt kommt das noch okay also wenn man hier zu viel drückt dann kann das tatsächlich böse entfallen wenn du jetzt noch falsch treffen könntest und noch runterfallen könntest du kannst dich ja immer ins ausschießen und das kann auch recht kritisch werden wenn du dann das kurz und freigeschaltet hast aber dann noch mal ganz ganz kurz durch die sekunde oder so eine halbe sekunde ja zu spät drückt und dann noch nach unten fällst ich glaube was bitteres gibt es nicht in diesem spiel wobei wir auch den ersten anfang gesehen ich habe ich ja gesagt leute das spiel ist recht schwer ich denke man werde noch an die einen oder anderen bitteren moment hier haben so aber mehr ist es nicht und aha der titel hat das gar nicht ausführung also hat es noch gar nicht so an hat auch diesen anschein gegeben aber die schienen die man sehen konnte schon das ist das erste lorenlevel und diese sind besonders schwierig weil du erst mal immer nur eine chance hast das puzzleteil oder die kombustaben zu finden ansonsten kannst du direkt von neu anfangen und ja du kannst ja schnell sterben gell fällst runter irgendwie bist ja auch daran gebunden oh gott und hier kommen weil viele sind das fünf okay im moment ist das hergehalten sind nicht so viele teile ich kann mir vorstellen dass die auch mal in einem level so sieben oder sogar neuner einbauen und dann einfach überhaupt kein fehler machen darf ich zum beispiel die bananen nicht mitnehmen können hätte auch ein puzzleteil sein können sonst hätten wir jetzt direkt mit der volle anfangen können so hier müssen wir richtig wieder hochgehen genau okay gut das war vom timing her machbar aber ja einmal über der gegen knallen und verlässt beide neben weil das ist glaube ich sogar generell neu dass man mit diesem teil erleben hat weil normalerweise bist du wanted in so gut wie allem was du frontal rammst aber wenn du halt immer so einen teiltreffer bekommst wie zum beispiel diese rotorblätter sagen wir mal wenn wir die abbekommen richtig entscheidung und zack dann dann steht wenn das ist ein teiltreffer ist dann ist glaube ich nicht so schlimm dann verliebe halt ein leben aber normalerweise alles das frontal kommt können wir ja nicht überleben so ich kann mir vorstellen dass wir immer mit dem richtigen timing marfen g da drauf springen müssen was sie hier auf jeden fall wunderschön gemacht haben ist das auch neu diese dynamische kamera die sich hier einschaltet sobald wir hier in den loren fahrt leveln sind weil normalerweise war es ja auch immer so 2d gehalten müssen wir echt aufpassen war da gerade ein puzzleteil ich hab's nicht gesehen aber hier war eins das war fies und den ballon haben wir auch nicht bekommen schade ich weiß nicht ob bei dem flugzeug noch eins war oh nein jetzt passen wir doch alles hier alter ok dann können wir das nochmal umbringen das war keinen sinn also wenn wir also die kombu starben möchte ich alle mitnehmen weil uns wenn es einer fehlt ich habe es euch gesagt leute dann müssen wir direkt dran glauben ich glaube aber sogar dass das 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 die ja genau das ist sehr großzügig also die checkpoints in dem fall ist es sogar großzügig dass die ebenso selten vorkommen damit man oh mein gott ok ja aber ich hätte auf die kiste drauf springen können das wäre einfacher geworden wieso mache ich es mir so unnötig schwierig wie beim letzten mal schon hier gibt es ein leben wunderbar war hier ein puzzleteil ne war hier nicht ok ja hätte er sein können aber hier gibt es noch mal ein puzzleteil das sollten wir mitnehmen und gleich kommt der kumpelstabe achtung irgendwie hier auf den karton drauf springen richtig und zack und jetzt haben wir alles und jetzt haben wir G und ein bisschen zu früh gesprungen wir sind noch ganz kurz hängen geblieben ziemlich cooler detailheizkraft oh gott oh gott da wollten sie uns jetzt schon zum erschrecken zwingen oder aber ja die dynamische kamera sowie diese leben sind neu für die lorenfahrt level und das ist halt ultra geil und das hier so inzwischen können es machen ist dann macht es ganz noch cooler was ist das hier was landen hier für flugzeuge bitte oh 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 da hab ich gar nicht dran gedacht aber leute genau dafür sind halt diese diese leben da weil alles was frontal kommt tötet dich aber das war halt nicht frontal so haben wir jetzt alle nein haben wir nicht aber hoffentlich habe ich endlich beglückt dass wir doch ja endlich gibt es am ende wo man mal tauchen kann auch das letzte puzzleteil mehr ist ja nicht nur riesige frachter voller ja wer jetzt gedacht bananen natürlich deswegen liegen die hier auch alle rum ich weiß zwar nicht genau woher diese flugzeuge kommen aber ich will mir auch nicht aussehen was den leuten passiert ist und der fett draufkloppen und noch mal zwölf coins mitnehmen damit sich fangekommen auf jeden fall freuen wenn wir bei ihm mal die eine oder andere sammelfigur kaufen das kommt aber alles gegen ende des spiels jetzt momentan die dinge einzukaufen warum ja zwischendurch bringt es nichts machen wir gegen ende mal da kaufen wir die alle hoffen dass wir vielleicht so viele möglich bekommen die sammeln fleißig und können auch mal ende mal schauen ob es möglich ist wenn man das ganze wenn man in der wenn man ganze spiel fleißig gesammelt hat ob man alle figuren bekommen kann oder ob man doch ein bisschen grinden muss am ende und ja ich glaube ich lade der annahme richtig dieses level der triggert automatisch sobald man in jedem anderen level alle puzzleteile oder kombustaben oder beides hat ich weiß nicht genau ob man in jedem level beides braucht ich glaube nein es kann sein dass du alle kombustaben benötigst um hier in dieses k-level reinzukommen ja es gibt in jeder Welt ein k-level das war auch schon in returns eine neuerung kann man sagen eine neuerung also schon ein thema diese k-level die du erst passieren kannst wenn du halt eben in der jeweiligen welt alles zu 100 prozent abgeschlossen hast bis zum boss weil den boss kannst du die kannst du besiegen da gibt es nicht noch irgendwie so ein bonus oder so und ich würde meinen um noch mal eine information vorab raus zu hauen diese level sind bockschwer also wirklich richtig krass ihr werdet es gleich sehen man will ja die grinder belohnen ja für ihre taten und ihnen noch mal eine ordentliche herausforderung in jeder welt bescheren diese land ist noch glaube ich unabhängig von der welt ja es kommen da random sachen vor und es gibt für den einen oder anderen findet k1 richtig schwierig und andere finden k2 oder in der oder die achte welt sehr schwer ich glaube ich hier hat zumindest in returns habe ich die erfahrung und da gab es ich habe in einigen stunden lang gesessen ich hoffe das werden wir in diesem spiel durchlauf nicht haben ich bin mal sehr gespannt weil das ist auf jeden fall cool und allein dadurch identifizieren das spiel auch als ein recht schwieriges spiel einfach weil diese level halt eben so krank sind ja und auch hier gilt es natürlich wieder puzzleteile zu sammeln aber keine kommstaben davon werden verschont wie viele teile können wir sammeln finde ich weiß nicht ob es immer fünf sind das kann ich ganz sagen und ja auch schon vom design dieser level und von der allgemeinen atmosphäre habe ich euch nicht angelogen die sind komplett random wir sind hier irgendeiner ruine ja in irgendeinem brennen einfach aus irgendwelchen gründen ab kann an wie das bitte wirklich ist wenn wir die platte betreten gestößt öl aus und das wird dann auf die liane übertragen keine ahnung momentan geht es noch ich bin ja auch ein geschulter vor allem dixi kong geschulter dk spezialist würde gerne gucken ob dein herz drin ist einfach zum ausgleich oder puzzleteil aber was ich konnte es gar nicht schaffen oh mein gott aber das gute ist die pustleile bleiben gespeichert heißt beim nächsten mal können wir hier vielleicht auch ohne gegentreffer durchkommen das coole ist in diesem level sind sie noch mal gnädig die entwickler noch mal gnädig die entwickler denn hier bekommen wir einen konghilfe es gibt auch manche level da gibt es keinen konghilfen am anfang und das macht dann wirklich sehr anspruchsvoll oh gott aber auch glück gehabt oder nach oben ist auf jeden fall kommt schießt aus und raus einer das ist ultra knappe messen kommen wir noch etwas anderes machen können wir nicht okay dann schnell die kate du bist noch gelernter lassung spezialist du warst noch der feuerwehr hast du deine ausbildung dort gemacht da musst du auch so eine stange runterrutschen können und hier auch schöne griffen wunderbar okay ich weiß nicht wie viele wir jetzt schon haben die bananen versuche ich einzusammeln die aber dann helfen die uns irgendwie komm her ich glaube nein aber wir können ja sterben ganz genau wir können einfach drauf gehen wir hätten jetzt wir hätten schneller sein sollen ok gut 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 was das ist bitte okay wir haben es glaube ich gleich ja kommt noch was raus jetzt kann ich haben sie das ist gut und wo omg das krass extrem krass oder ist es los wir müssen auch schnell sein okay aber das gute ist irgendwie keine ahnung wie dir das gemacht haben aber wenn man vom timing hier kriegst du es immerhin diese lerne zu bekommen weil du triffst immer nicht und war es das ne war es noch nicht okay aber es kommt noch wir kriegen wir haben noch mal als geschenk am ende bekommen und das war es wirklich okay man kriegt das letzte geschenkt es ging also am ende ist es noch mal ausgerast aber ich konnte nicht gut kommentieren und habe es geschafft dass er will die im ersten versuch abzuschließen wir haben nur ein leben gehabt ich weiß doch krass dass man hier keine herzen bekommen hat aber wir haben alle mitbekommen dies ist aber nicht schwer zu bekommen also es gibt eigentlich in diesem damit keine versteckten puzzleteile sondern eher schwierig zu bekommene puzzleteile aber du solltest die alle normalerweise entdecken und 1 2 3 4 5 6 also 1 von 6 abzeichen bekommen was darauf schließen lässt dass es in jeder welt zu einer begeben wird und ja das heißt wir können uns auch auf andere geschichten gefasst machen in diesem bezug das erste level ich weiß nicht ob die wirklich gesagt haben okay jetzt machen wir doch mal eine oder versuchen wir zumindest die k-level welt schwieriger zu machen in returns kam es mir aber nicht so ich habe aber auch aus irgendwelchen gründen returns mehr in erinnerung als topical freeze was ich überhaupt nicht verstehe weil ich freeze später gespielt habe aber egal wahrscheinlich war für mich return wegen der schwierigkeit her in diesen level vor allem prägen war also den kann ich aus erfahrung sagen dass in returns auf jeden fall recht random waren für mich einige fand ich recht einfach andere sau schwer und die waren aber alle sehr knackig auch das war ziemlich knackig aber jetzt nicht wirklich schwer ich sag mal es war knackig für einen DK veteranen der zumindest returns gespielt hatte und somit die 2 bekannte war es recht einfach ja vor allem als sehr einfaches zu schweren level gut wir haben auf jeden fall du hast ein mysteriöses artefakt gefunden kombinieren sieben mysteriöse artefakte um noch mehr geheimnisse zu lüften okay mal gucken was es für geheimnisse sein werden wie gesagt wir haben wir glück gehabt in diesem level da gab es einen kong gehilfen die gibt es aber nicht in jedem level da musst du dann wenn du stirbst und mit kong gehilfen hast du vier leben und kannst halt auch ein paar fähigkeiten einsetzen vor allem mit dixie und und die dieser sehr stark bei cranky weiß es immer nicht so und dann musst du dir extra mal das level neu spielen oder schnell bei fangekong einkaufen um einen neuen gehilfen zu haben aber leute das soll auf jeden fall eine andere sorge sein nun können wir uns endlich dem ersten boss halfpipe der halbstarke nennen oder könnten wir so nennen wir uns nicht den wollen wir jetzt heraus denn so nennt sich momentan anderer der halbstarke ich weiß nicht wie die reine ordnung von den vierkirchen ist vielleicht aber halbstark stehen die schon als erste weltboss ich bin mal gespannt wie stark er denn wirklich ist ja die key der zeiten wirklich auch immer liebend gerne ich würde sagen wir nehmen mal cranky mit für den kampf weil wir grad dixie und die die hatten ganz kurz mal und cranky haben wir jetzt noch gar nicht gehabt und nun würde ich meinen stellen wir uns im ersten boss halfpipe klingt ja recht skateboard mäßig oder sowas gerne und da ist er und ja man kann schon mitbekommen er bewegt sich auf jeden fall wie auf einer skaterbahn umher und wie er schon aussieht leute also wenn er nur der halbstarke ist will ich ganz ehrlich euch sagen dann weiß ich nicht wirklich wer denn der vollstarke oder der ganz später sein wird aber wir kriegen es hin er ist einer von den antagonisten die unsere insel schafft unsere inselgruppe belagert haben und die die ganzen planer unterstützen wir er wird auf jeden fall bestraft dafür zu der ersten sprung war schon schwierig aber er ist auch sehr schnell er ist sehr sehr schnell okay dann müssen wir echt gucken aber ich mache mir irgendwie sorgen weil ich kann mir gut vorstellen dass man irgendwie auf sein horn drauf springen könnte und das wiederum killt einen dann so jetzt haben wir irgendwelche schwebefische hier ich kann aber umrollen gelbe mit richtigem timing ganz genau wenn wir glück haben rollen wir uns um das passt dann ich bin aber auch nach einer weile wieder weg sehr gut und er wartet sogar so lange das ist natürlich lieb von ihm da oben kann man sogar sehen wie diese wie sogar zwei gepanzerte pinkuin spezialisten stehen extra um uns ja davon abzuhalten noch mal da hoch zu kommen und zu flüchten so mit diesen igeln sollten wir auf keinen fall was versuchen aber die mucke alter wie geil ist denn das lied das ist übelstark oh gott diese igel ist ziemlich dreist da kommt ein herz raus das ist natürlich gut die droppen gelegentlich ein herz gibt doch mal einen kleinen support support nicht wie gerade eben im k-level aber die musik die dröhnen schon richtig das passt auch einfach wunderbar zu diesem gegner und jetzt haben wir es gerade gesehen wir sind gerade aus seinen kommerschläge gegen den helden draufgesprungen klar mit dem pokostick von cranky aber trotz dessen ich glaube nicht dass das das der helden schaden macht oder so gott oh gott ich habe aber gerade auch b gedrückt keine ahnung was da passiert ist jetzt kommt er wieder noch mal sollte auf jeden fall treffen und wir kriegen dein leben das macht ziemlich einfach aber wir haben auch weiter aber ihr seht auch von allen getroffen hier aber gut das habe ich noch überrascht dass die pinguine hier kommen aber man kann es auslösen sie besiegen und kommt ja dass du mal was wir willst du ihn erst noch beschwören kommen wir jetzt kommt er okay gut okay sehr gut da kann man selber auch noch raus wunderbar er hat schon eine phase schwierig wir haben schon eine phase rausgedrückt er ist schon so rosa geworden und man kann mit dem pokostick diesen roller nicht ausweichen sollte als drüber springen merken wir uns aber man bekommt immer herzen bei dem geht bei dem weitere treffer eigentlich dürfen wir nicht zwei treffer aneinander bekommen ansonsten fehlt uns halt cranky dann geht und haben die hälfte der leben und nun ist er ganz rot geworden der fabliche unterschied ist so ganz leicht zu erkennen und beschwörter seine pinguine auch für einen frontalangriff und nicht für einen sprungangriff das könnte auslösen zu treffen die pinguine die slide und auch den nehmen auch mit raus sehr gut übernahmen wollen wir haben wir können hier sogar extra einmal die ulti einsetzen das lohnt sich heute mal ja das wäre sogar sehr lohnt man gucken wie viele er noch wirft weil jetzt kommen die fetten fische hier okay komm und die wir holen uns hier das was uns cranky jetzt droppen lässt und zwar sind es coins damit hat er seine allianz direkt verloren und dann haben wir unsere ulti auch mal spielen lassen von cranky jetzt kennen wir die ulti von diddykong und von cranky kommt drauf da oh oh lol keine ahnung was da gerade los war er war auf jeden fall gerade nicht gestunt ganz interessant ich habe nur noch ein leben aus und das sollten wir jetzt hinbekommen dass er kommt die part jetzt raus holt und der verdankt ist und dann war es das genauso und jetzt kommt ja 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 20 jetzt alter ich habe in einem flieger so überlegen konnte das rüber gefahren ist weil dann machst du doppelt irgendwie 20 ist es in ordnung man hätte auch mehr treffen können aber beim nächsten werde ich mal drauf achten und das ist zwar gerade überraschend weil ich gerade erst ganz kurz nicht vergessen hatte dass er die bossen verprügeln kann 20 blaue augen ja hätte er 20 augen könnten wir jetzt 20 seiner augen blau geschlagen es sind nur zwei geworden heißt sie immer auf jedes auge drauf ist in ordnung damit haben wir eine musik freigeschaltet eine neue wir haben neue figuren bei frankia ist nun erhältlich und ein diorama haben wir erhalten dass durch das auch bekommt für die puzzle teile nicht waren diese bilder glaube ich zumindest ich kenne die rama jetzt vom namen her nicht ist mir zu fremd fehlt mir noch im wortschatz und dort ist die erste abgeschlossen wunderbar und das sogar zu 100 prozent sprich der sprung in die nächste welt der passt auch und wir können direkt im nächsten part hier weitermachen diese welt scheint etwas größer zu sein schon und hat mit einem riesigen eulenberg oben zu enden also können wir uns ja schon mal ahnen welcher welches tier wahrscheinlich unser nächster boss sein wird unser nächster endgegner aber im nächsten fall geht es weiter freunde das gute ist zu wissen dass man wirklich die figuren wenn man halt die boss besiegt erst freischaltet sprich es lohnt sich wirklich erst bis zum ende des spiels zu warten wenn man dann hat alle figuren kaufen kann das heißt am ende richtig rein pain und auch alle bekommend waren figuren kaufen das besser als jetzt sagen die nötigen figuren sich zu holen weil ich glaube man könnte auch duplikate ziehen und ich weiß nicht einfach sagt ja jetzt hast du alle es bringt sich zu kaufen oder so oder ob du dann einfach selber daran denken muss deswegen will ich nicht riskieren deswegen machen wir es dann am ende dann kann nichts mehr passieren höchstens wir haben extrem viel pech mit den duplikaten aber das ist wie gesagt eine Sorge für später im nächsten Video auf jeden fall in 2 1 weiter machen lasst leichter wenn es euch grundsätzlich gefallen lassen aber keine weiteren parts wie diese zu verpassen würde ich meinen habe noch einen schönen restlichen tag und einen schönen kommenden tag ja wir sehen uns zum nächsten part ciao meine freunde